Battletoads Los geht's Ja, was soll ich mir sagen, einige von euch wollten es. Ich will das alles hier nicht. Ich will das hier alles nicht. Wir müssen das tun. Warum müssen wir das tun? Entschuldige dich, wir haben zu lange gebraucht. Wir sind wieder da, es geht weiter. Entschuldigung. Battletoads und Battlemaniacs. Ja, right on. Ich hab versucht zu trainieren, ich bin aber nicht besser geworden, ich bin schlechter geworden. Das war total krass. Ich hab dieses Schlang, ähm, im Biker-Level, hier, dieses Scheiß-Zick-Zack, weißt du? Das hab ich gemacht, es ging ein paar mal gut. Ich dachte, okay, ich bin bereit, Schlangen-Level gemacht. Und dann hab ich dieses Standard-Level versucht zu trainieren. Und dann bin ich aber wieder zurückgegangen. Und dann hab ich vier Stunden lang hab ich dieses Scheiß-Zick-Zack-Ding nicht wieder hingekriegt. Immer wieder die Musik ... Vor die Mauer. Vor die Mauer. Und ich war in so einem Tunnel. Und jetzt krieg ich's gar nicht mehr hin. Und dann hab ich noch mal zwei Stunden irgendwie versucht. Ging nicht. Echt? Ich bin jetzt blockiert oder so. Es geht gar nicht mehr. Ist das eine ... Und dort ist eine Schreibblockade, meinst du, oder was? Nee, ich hab mich kaputt trainiert. Ich hab's auch zu sehr ... Weißt du, mein Problem war ... Guck ich ... Mein Problem mit dir war immer ... Du hast mich ... Also ... Ist nicht deine Schuld, aber ... Ja, ja, ich hab auf deinen Player geguckt. Und jetzt hab ich versucht, woanders hinzugucken. Und das ist ... Ich muss das nachher auch machen. Aber wir hatten noch eine Regelung. Wir hatten noch eine Regelung. Einer oben, einer unten. Oder einer ein bisschen weiter vorne. Wieso? Wir müssen noch beide ... Ja. Stimmt schon. Ich weiß nicht, wie wir das noch ... Keine Ahnung, Mann. Ich weiß es auch nicht. Für die Leute, die ganz frisch dabei sind, herzlich willkommen. Lidrian, Daniel ... Ritwan, Ignatius. Du bist Ignatius, ich bin Ritwan. Ritwan, haha. Wir haben vor langer Zeit dieses Spiel privat, und zu Zeiten, wo's fucking noch kein Internet gab und Leute solche Sachen fordern konnten, haben wir dieses Spiel durchgespielt. Jetzt müssen wir was machen. Jetzt müssen wir was tun, weil keiner uns glaubt. Ja, so ist das Scheiße. So ist das. Wir sind aber nicht mehr so gut wie früher, und wir versuchen's aber trotzdem. Und es lässt uns nicht los. Wir müssen's ... Mich hat es schon lange losgelassen. Wir müssen's auch mal zu Ende bringen, deswegen ... Es ist ... Äh, warte. Warte! Ja, los, los, los. Ja, warte. Hier, jetzt. Okay. Hier in das Pimple. Und ich bin Rash. Nee, Kabel. Ja. Alles klar. Cool, ey. Mit den ... Sehr gut. Finde ich sehr, sehr gut. Los, weiter. Los, wir fangen an. Geht's los, oder? Scheiße. Fühlt sich ganz anders an. Fühlt sich echt an. Fühlt sich wie früher an. Toll. Ich mag die Controller. Hammer. Cool, cool, cool. Was? Geht schon mal gut los. Entschuldigung. Nee, jetzt konzentrieren. Ich will ... Ja, okay, okay. Ja, ist gut. Komm. Lass uns das einfach in einer Stunde jetzt wegrocknen hier. Ganz souverän runter robben. Hier, du machst, du machst. Hm. Ich beweg mich nicht. Gut. Und dann ... Du bist so dicht. Okay. Lass uns ganz souverän runterrocken. Geh weg. Geh weg. Ja, weiter. Ja, siehst du. Scheiße! Ich hab auch schon wieder ... Ich will nicht, du machst. Das ist das Problem, wenn wir zu lange warten mit den Teilen. Dann hast du schon wieder alles vergessen. Das geht einfach nicht. Dann jetzt sind wir wieder raus, Mann. Scheiße, Alter. Das ist das Leben. Lass in ganz vielen großen Filmen sagen die doch ... Entschuldigung. Mach du die. Man muss auch mal weitergehen. Das ist doch ... Guck mal, wie gut das läuft. Ja, das ist gut. Aber ich fände es toll, wenn wir ... Also, mein Ziel ist heute auf jeden Fall, dieses scheiß Gehirnlevel hinter uns zu lassen. Und zumindest Schlangenlevel was zu machen. Das müssen wir schaffen. Das will ich echt. Ey, wie viel Zeit haben wir denn überhaupt? Eine Stunde nur. Wie, nur eine Stunde? Wieso denn nur eine Stunde? Dann können wir doch einen Run oder zwei machen. Ja, deswegen ist es so wichtig, dass wir jetzt gut sind. Oh Mann, ey. Das ist doch Kacke. Bist du gerade, wurdest du getroffen? Ja, hör auf. Mann ey! Kacke! Konzentrier dich jetzt. Es ist cool, wie überrascht die werden, wenn wir beide jetzt ganz souverän ... Nach Pause. Lass es nicht so an mich rangehen. Ich laste diesmal nicht aus. Ich bin cool. Ich bin ein total cooler, professioneller Player. Ich weiß, wie man sich im Livestream ... So. Weiter. Ja. Ja, das macht jetzt keinen Sinn mehr. Nein, komm. Weiter, weiter. Wieso? Nein, ich hol ... Ich hol ne Wespe. Ich hol ne Wespe. Ja, hol ne Wespe. Na, vorsichtig. Ja, wurdest noch mal ... Ich komm jetzt durcheinander mit den Knoppen. Jetzt wechseln wir gleich wieder. Springen mit Schlagen. Ja, hast du es jetzt oder nicht? Ja, ich springe hier mit ... Ah, fick dich. Kacke. Mach du. Ja. Vorsicht. Ja, weg. Okay. Gut. Ich mach. So, jetzt. Okay. Ah. Nee! Hm. Wieso sind das auch ... Pandas Stühe auch schon so viele? Ja, immer. Ich, rechts. Nicht links. Nein. Weg. Brauchst du Superschwein? Gut. Ja, Superschwein. Ich. Ich hau die weg. Nach links. Und du machst die weg, ja? Nee, Kacke. Verpasst. Du machst die weg. Ich fick die Kacke nicht. Oh Mann, ey. Fick die. Hm? So. Alter, wie das gegoogelt ist. Ich will dich aber echt gerade nicht. Alles kaputt. So, Vorsicht. Wer kommt? Ja, ne? Ja, ne? Ja, ne? Ja, ne? Ja. 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 Warte, ich mach. Nice. Ja. Ja. Ja, ich. Ja. Das war dann echt, ich war in einem Tunnel, Bro. Also, dann hat auch gar nichts mehr funktioniert, ne? Und dann hab ich mir Gedanken gemacht über diese Zick-Tack-Kurken. Dann hab ich's mit der Musik versucht. Ich muss dir das gleich mal aus. Weil das Problem ist, dass es schneller wird, ne? Beim Zick-Tack. Du weißt, welche Stelle ich meine. Am Ende, ne? Scheiße. Kacke, kacke. Okay, jetzt. Nee, kann nicht reden. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiui. Du? Hm. Ich? Ich, ich schmeiß ihn weg. Okay. Schwein nehmen. Schwein nehmen, Schwein wegwerfen. Oh. Äh, ich rechts rüber? Ja. Ich kann ihn jetzt noch nicht. Der muss erst mal springen. Ja, okay. Ja. Shit. Egal. Der traut nicht mehr viel. G'dong! Ach, komm, ein Leben verloren. Ja, aber es ist auch, es ist auch okay jetzt. Ist okay, ist weiter. Wir machen weiter. Äh. Äh. Ich hab schon wieder komische Trotze auf meinem ... Wie du hast Trotze? Nee. Ich hab Sand in den Augen. Egal. Wie, du hast Sand in den Augen? Nein, das ist ja gut. Ist scheißegal. Das ist keine gute Voraussetzung. Mhm. So. Nee, nicht da oben. Ja. Sicher nicht. Wer will denn jetzt? Ich? Ja, du. Ja, nee. Warte, ich mach die. Ich mach die. Halt sie ab. Ja. Entschuldigung. Scheißer. Ist gut. Okay. Shit. Ups. Machst du? Ja. Okay. Mach weiter. Hab ich. Wurde zurück. Mach du? Ja. Oh. Oh. Wie so trockend ... Die Augen werden immer so aus. Ja. Lange gucken wir halt, ne? Machst du den? Ja. Ich versuch die Schlange ... Oh, sorry, Mann. Kacke. Sorry, sorry. Ist gut. Rechts oben. Du zuerst. Okay. Krieg ich nicht. Oder? Doch. Machst du? Ja, shit. Hab ich? Ich nehm die anderen an. Egal. Oh, scheiße. Egal. Oh, fuck. Mann! Los. Hier. Ich ... ich ... Was jetzt? Machst du? Komm, mach du. Ja, ja. Mach den. Hör auf jetzt. Komm, mach den jetzt. Nein! Mann! Scheiße! 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 Ey, eines Tages werden wir das wirklich schaffen, Alter! Eines Tages ... Ich mich räche. Nee, das hat nix ... Nee, das hat nix ... Nee, das hat überhaupt nix ... Battletons hab ich schon ... Battletons! Damn, damn! Battletons! Ich muss ... Ich muss ... Ich muss ... Immer an ein ... Kumpel von der Gamescom ... Denken, der ... Die waren zu zweit. Dann haben die ... Ey! Dann haben mich zu ihnen gerufen, dann haben sie ... Ey! Seine ... Ah! Ich wollte grad ne lustige Geschichte erzählen. Ja, Mann, das hat mich ein Leben gekostet. Tut mir leid, man kann auch ausweichen hiermit. Guck! Ey! Du schon wieder! Ja, man muss damit ausweichen! Ja, wie ... Du kannst ... Ja. Egal. Ich mach's jetzt nicht ... Du bist doch falsch, Mann! Ich hab nur noch einen. Ich bin gleich weg. Ja, lass es. Komm schon. Auf jeden Fall haben die den Battletong-Team angemacht, und wir sind voll abgemarscht, und es war einfach ein supergeiler Moment. Viele Grüße. Mach! Ja. Und dann war ja noch mal bei Game Two, da haben wir uns wieder gesehen und dann ... Ich fang ab. Mach du, mach du. Du brauchst Leben. Ja, ich mach auch. Scheiße, Mann. Ja, komm, egal jetzt. Ich nehm mir nicht! Zusammen einfach machen. Das waren doch genug. Wieso hat er denn nicht gezählt? Versteh ich nicht. Scheiße. Das ist scheiße. Ja. Möchtest du das abhalten bringen? Doch, doch, doch. Halt ihn ab, Mann. So. Okay, gut. Ich glaub, das müssen wir, das ist das A und O, ne? Wir müssen hier mit vielen Leben rausgehen, sonst hat das alles keinen Sinn mehr. Halt ihn ab. Halt ihn ab. Schnell zu denen. So, zack. Schnell hin. Zack. Bevor sie schlagen können. Ja, fuck. Achtung. Ja. Hast du? Okay. Machst du? Opa, Vorsicht. Ne. Ach, scheiße. Oh. Scheiße. Ups. Aua. Entschuldigung. Mann ey. Ja. Wie? Ja, was, Alter? Du hast mir halt... Wie? Ja, was, Alter? Du hast mir halt... Kann passieren. Ja. Du bist so ein Kacke, Alter ey. Meine Güte. Oh je, ey. Noch mal zurück zu der Geschichte. Ihr habt fett abgemoscht oder was? Ja, Mann. Wir haben uns nicht vorgestellt oder so, die haben den Song angemacht, da war alles klar so. Geil. Und, keine Ahnung, danach haben wir nur gelacht und, und, und. Ja, es war cool. Ja, super. Ja. Und die, die... Ja, die... Dann gab's auch noch einen, der hat uns Battletoads, äh, Gürtel schneiden. Mhm. Da haben wir die nicht an. Wo sind die? Zuhause bei mir. Okay. Muss ja eigentlich anziehen, ne? Ja. Die geben uns... Es ist okay. Komm. Ist okay. Okay, kann ich ein bisschen Kegel haben? Was willst du, Kegel? Ja, im Bonuslevel meine ich, weil ich hab... Ja, du kriegst Kegel. Gut. Du kriegst jetzt Kegel. Du kriegst die Leste, okay? Du nimmst die Kegel... Du kannst die Leste haben. Ja, dann geh du vor. Mach das. Ich geh unten. Ja. Scheiße. Uff. Oh, nee. Ja, wir müssen einfach wirklich wieder in den Rhythmus kommen, ey. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Ich hab ja neulich auch nur so eine kleine Zwischensession und danach haben wir wieder... Ich hab ja mal gesagt, wir müssen mal so ein Wochenende machen und jetzt einschließen. Ja. Ja. Das überleb ich nicht, ey. Ich auch nicht. Wann ist der Wechsel? Und auch was? Jetzt? Jetzt. Boah. Jetzt noch mal ein Wechsel, da gibt es eine kleine Pause Nein Jetzt, nein, tut mir, kacke, jetzt Fuck, scheiße, Mann Jetzt noch was anderes? Nee, nee Hast du? Ja Hast du Kontragländerflüssigkeit dabei? Nee So eigentlich wie bei Clubbook Orange, der mir sowas einträufelt Wirklich? Nee, meine Augen sind voll trocken Wie bei IDF Sehr gut Oh, ich Idiot Oh, ich Idiot So, du hast 200 voll Versuch mal 300 zu kriegen, okay? Wann? Jetzt gibt es eine kleine Pause Nee Nee Jetzt Scheiße Jetzt? Nee Wirst du mal 300 voll zu machen, bitte Ich kann nicht drauf gucken Gut Ich werde mich Mach weiter Plötzlich brauchst du, machst du gut Aufzählen Ich werde mich an die schwarze Scheiße kommen Gut, hast 300 Ich bin an die schwarze Scheiße gekommen Ist gut, du hast es trotzdem Lass mich jetzt, bitte Okay Alter, fuck off! Haha Vielleicht kriegst du noch 400 Ich habe noch nicht mal eins Kommt Ja, aber du hast mir ja auch alle üblich gelassen Egal, aber trotzdem, eins hätte ich mindestens machen müssen Oh, jetzt wird es nochmal ernst So, können wir kurz pausieren irgendwie? Ja, wieso Ich muss dir was sagen, also zu diesem Slalom-Ding, ne? Ja Die ersten fünf Mauern Ja Sind langsam Dann wird es schneller, ne? Ja Okay Aber das bleibt dann auf gleichem Tempo Mhm Also muss man so Ich bin, ich bin nur noch Ich gehe jetzt nur noch Ich gucke nicht mehr auf den Schatten Ich gucke jetzt auf die Lücken, die da kommen Weißt du? Und zwar Immer, ich gucke auf den Oberdinn Und dann mache ich immer in der Mitte Spitze Spitze, Spitze ist hoch Spitze ist runter Spitze Und dann geht da so Spitze, Spitze Spitze, Spitze, Spitze Ja! Ich achte aber auch gar nicht mehr auf das Versuche nur auf den Rhythmus zu nehmen Ja, wie machst du denn das? Ja, ohne hinzugucken Ja, wo guckst du denn hin? Nach links auf meine Figur Guckst du durch, oder was? Nur ich gucke einfach nur nach links auf meine Figur Und dann irgendwann kommt der Rhythmus halt rein Ja, aber Okay Das ist ja auch Spitze Fick dich, Mann Ich denke, es muss halt zwei Silben Nee, einfach nur spielen jetzt hier Ja Los Also ich versuche durchzugucken Wie bei diesen holographischen Bildern Wo du dann Ich versuche einfach nur in den Rhythmus zu kommen Fertig Das ist, äh Battle Toss and Battle Manics Das ist tatsächlich wie ein Musikspiel Wie ein Musikspiel Ich weiß nicht, wo die kommen Ja, wir müssen uns einfach nur auf den Rhythmus einlassen Guck mal Es kommt alles wieder, ey Soll ich denn ein Stück vorfahren oder nicht? Mach was du willst Ist mir egal Ja, konzentrier dich auf dich einfach Ja Kannst du das am Ende? Ja Echt? Ja, das war nie das Problem Die Controller sind aber geil, ey Das ist besser Super Nice Sobald du Komm Zone Ja Hm ARD Text im Auftrag von Funk Ey, wie der Paul in der Rede schon giert, ne? Wie schnell der ist, dich groß zu machen Ja, ist ja wahr, ey Er lauert nur auf Ja, wir sind ganz cool, Paul Ich bin cool Hier gibt's nichts zu sehen, weiter, los Ich hab nicht gestiegen Ich hab nicht gestiegen Was ich auch sagen muss, ist Das ist wie beim Autofahren, ne? Wenn du zu lang so auf die Seite guckst Bei meinem Autofahren Dann lenkst du automatisch so, weißt du? Du darfst auch nicht dir im Vorfeld gucken Okay, jetzt mach ich gleich den Crash Dann passiert auch Du musst dir im Geiste vorstellen, wie du da durchschlängelst Wie fährst denn du Auto, Alter? Ey, kennst du das nicht, wenn du zu lang Du fährst eine gerade Stecke, ne Kurve, sag ich mal Und dann guckst du aber auf die Seite, auf diese Seitenlinie Und dann zieht aber automatisch Aus Gefühl, immer, immer Wenn es aus der Baustelle und zwei Meter Nein, deine Hände folgen dem Blick, sag ich ja nur Nee Kennst du nicht? Nee Ich hab die Augen immer zu beim Autofahren Los Ja, los Los Wie spinn ich? Okay Scheiße Ist gut, ist gut, ist gut Fuck Ich war gut Ja, ist ja gut Ich war gut Ich war gut Was ist das? 40. 40. 40. 41. 43. 43. 43. 46. 45. 46. Was? Hast du ein Haar oder was? Hör auf damit. Äh. Ja. Ja. Oh, äh. Stirb, oder? Nee, warte mal. Jedes Scheiß blieb im Ziel. Scheiße! Bin ich zuerst gestorben? Oh, ich bin zuerst gestorben. Wir lassen interesse. Ganz kurz. Du hast einen Haar und eine Klib und ein. Wenn ihr ein Haar das gehen wollt, dann sch Zelda vom Reise. Aber nicht. Was ist etwas da, was du? Ich hab ein Haar. Wolle eine, die Pläne kommt. Ich habe ein Haar oder was wir hier? Ich habe es ein Haar-Ausland, zuerst auf den Reise. Ich bin gut, aber ich habe es nicht. Ich habe es nicht mehr. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ja, ich hab's nicht. Jedes Mal, wenn du deine Rasse wegpustest. Nein! Nein! Oh, nein! Das ist so lächerlich. Das ist so lächerlich. Es ist wirklich lächerlich. Oh Mann! Es ist schon wieder passiert! Scheiße! Oh nein! Oh Mann! Oh Mann! Ich erklär euch kurz was. Fuck, ich erklär gar nichts. Oh Mann! Scheiße! Das ist doch Schacke! Scheiße! Es ist schlimmer. Es ist schlimmer, als ich es mir je erträumt. Bro, wenn ich auslaste, musst du dran denken, weiter zu denken. Und umgekehrt. Wenn du auslaste, dann denke ich dran, okay? Ja, es geht nicht! Ja, aber ... Ja ... Scheiße, Mann! Jetzt müssen wir alles wieder von vorne machen. Wir hatten noch Continuous, Mann. Wir hatten noch Continuous. Ja ... Wie spät haben wir's? Komm jetzt! Hallo! Hey! Hallo! Hallo! Ihr kriegt das alle nicht mit. Hier ist gerade eine Führung kommt rein. Hallo Leute! Ihr kriegt das alle nicht mit, was das für ein ... Was das für ein ... Was das für ein ... Was das mit einem ... Mit einem Gehirn macht! Warte mal ... Warte mal ... Warte mal ... Warte mal ... Ja, weil wir ... Komm jetzt! Jetzt machen wir das richtig geil! Komm jetzt! Ich mach den weg jetzt hier! Ich mach den einfach lang hier! Ich kann nicht spielen! Doch! Kannst du jetzt! Ich kann! Back it! Du machst! Geh weg! Ich ... Ja! Der lang jetzt hier! So! Fertig! Komm! Kein Problem! Hier, ich mach! Mach die weg! Lotz! Das ist ... Okay! Doch! noch ist alles gut! All right! Oh! Dumm! 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 Das tut mir leid. Das war aber lecker neulich, ne? Das ist ein leckeres Spiel. Schweinebauch auch. Babi Pangang. Lass uns über was Schönes nachdenken. Dann sind wir besser. Wenn wir über Essen nachdenken wollen. Skelette schmecken. Hier, komm, geh auf die rechte Seite. Und eins, zwei, drei, bist du bereit? Kann man noch Suppe machen? Die sind nicht lecker. Die sind... Aus Skeletten kann man keine Suppe machen. Ne, nur Suppe machen. Weißt du noch, die Wandernsuppe von... Ey. Du? In Bad Gönhausen, die beste Wandernsuppe ever. Der Welt halt, ne? Die hat sich aus drei Knochensorten gemacht. Ente, Huhn und noch irgendwas. Schweine. Weiß ich nicht. Nee, nein. Kann sein, ja. Und wir haben nie wieder so ne leckte Wandernsuppe gegessen. Aber wirklich, ne? Leider gibt es dieses Restaurant nicht. Du kennst noch die Kids, oder? Ja, aber keinen Kontakt mehr, leider. Und der Koch, der ist leider... Funk? Ich mach, bereit? Okay, ja. Oh, Scheiß, Entschuldigung. Ja, egal. Wir haben noch... Oh Mann, schauen wir das mit drei Leben hier raus? Ja, schauen wir. Vorsicht hinter dir. Ich, ich. Ja, ja. Nimm... Egal. Was bricht denn hier weg? Diese Seite? Ich weiß nicht mehr. Oben und oben. Okay, okay, okay. Uuuuuh. Ich? Okay. Einer ist weg. Sehr gut. Vorsicht, der kommt wieder angeflohen, ne? Das war... Ja. Ja. Oh, der ist ja schon weg. Also. Ist weg. Superschwein. Superschwein. Du? Nee, ich... Wieso krieg ich den denn nicht? Ich hab ihn. Ich bin irgendwie nicht so... Ich hab ihn. Und du doppelst. Ja, versuch ich. Warum? Ungeduld, du machst jetzt. Ja. Ja, so geht das. Ja, ist ja gut. Gleich kommt Feuer wieder. Ach, nee. Nee, erst kommen Schweinen noch. Ein paar Stück. Feuer ist böse. Ich. Nicht. Ach, Scheiße. Bin gebrochen. Nee. Weil wir das Continue nicht gedrückt haben. Ja, ist egal. Das ist uns schon mal passiert. Ist gut. Aua, Aua, Aua. Ach, Schweinearsch. Aua. Hopale. Das haben wir noch ein. Das schaffen wir. Und wenn nicht, dann ist es egal. Wir sind auch gut mit gut Leben rausgegangen. Vielleicht klappt das ja mit den Wespen gleich besser. Hä? Warte, hast du super mal. Bereit? Hm. Du machst? Ach so, dass der noch lebt, meinst du? Ich hab das bei diesem Slalom-Ding auch so versucht, wie der Speedrunner, der mal Battletoads hier gemacht hat, ne? Aber ich hab das nicht hingekriegt, wie er. War das die Spitze wegen, oder? Ich fand das noch schwieriger. Der hat immer so zwei übersprungen. Vorsicht. Wo? Unten. Unten, unten, unten. Äh, Schwein. Dass wir das immer noch vergessen, ey. Hab ich, ich schmeiß weg. Ja. So, schaffen wir. Ja? Oh, ah! Geh rüber. Hm. Hm, hm, hm. Ja, ja, rechts rüber. Gehst du rüber? Ja. Okay. Okay. Ach, scheiße. Ist egal. Ich hab mich hier umgedreht. Gehst du rüber? Hm. Jux. Fuck. 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 Nein, 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 nein. Rüber. Ich gehe. Ist egal, wie gerade eben. Komm. Jetzt, jetzt richtig schön viel Wespe. Hm. Ich glaub, wir müssen, wollen wir nicht einfach, jeder fokussiert sich auf eine Wespe. Du willst was mit dem Blocken machen, ne? Okay. Das ist schon anstrengend. Sollen wir's versuchen, aber dann gehen uns mehr durch die Lappen. Das sag ich dir. Also, weißt du, wenn... Immer nur zwei auf einmal. Also nie mehr so. Oder? Du verlierst... Ne, sobald du gestochen wirst, bist du aus dem Flow. Pause, Pause, Pause. Du bist aus dem Flow draußen, dann... Das ist schon die beste Möglichkeit, oder? Okay, wir versuchen's einmal auf deine Wespe. Nee. Nee? Machen wir nicht. So wie immer. Okay, bereit? Ja. Wann los? Ja, ich nehm den. Shit. Nee. Ich versuch die. Kriegst du die da unten überhaupt? Ja, ja. Ja, das hier. Ich... Ich blocke. Ja. Ja. Willst du? Ja. Ich mach. Ja. Ha! Das ist immer so, der richtige Abstand muss genau da sein. Hast du? Ja. Hält ab. Hab ich. Super. Ach, schon mal. Muss man nämlich so einen Millimeter nach rechts oder links, weißt du? Damit die Faust da landet. Scheiße. Oh, shit. Ah. Ups. So, sorry. Ja, lass es bei den Bändern nur von der Seite machen, okay? Ja. Ich nehm den. Ja, ich halt zurück. Scheiße. Ah. Ja, hol ihn. Danke. Ja, gut. Hab's. Du, du. So. Hast du? Nee. Egal, weiter. Hast du? Nee, hab ich nicht. Egal. Ja. Ah! Kacke, Mann! Kacke, kacke, kacke. Mach du. Nee, ich mach. Ach, scheiße. Kacke, erbärmlich. Scheiße ist das. Ja, wir müssen einfach wirklich intuitiver wieder rangehen. Ich glaub, dann wird das auch wieder was. Nicht denken. Ja, echt? Nicht denken. Essen. Ja. Ich hab auch Hunger. Wieso haben wir nix zu essen hier? Das ist das Problem. Wir essen, also das ist, wir müssen das kombinieren. So ne Bohnenfanne mit Speck will ich jetzt, weißt du? Ich will jetzt Bantantruppe. Oh ja, hab ich auch Lust drauf, das stimmt. Vorsicht nach oben. Kann mir Frau Yu nicht mal fragen, ob sie das Rezept rausrückt? Ah, für mich ein Geheimnis, ne? Das hat doch immer geklappt hier unten. Wieso krieg ich denn immer noch einen ab? Okay, ab jetzt erst. Okay, ab jetzt kann man erst runter. So war das, ha? Mhm. Das ist eines meiner Lebensstile, ne echte Wandhandsuppe hinkriegen. Also einfach ne gute. Mhm. Nicht die Beste, das ist nicht machbar, aber eine, wofür man sich nicht schämt, weißt du? Ja, das wär schön, ich würd das auch hören können. Also hol die eine. Ja. Nimm die. Hast du noch genug Leben, um die Ertel? Ja. Nein. Okay. Willst du? Ja. Aber. Oh Mann, jetzt fällt mir ein paar zwei. Ne, ne, intuitiv, intuitiv, intuitiv. Scheiße, das läuft doch nicht so. Intuitiv, doch. Ne, jetzt hab ich schon wieder ne andere gesehen. Ich glaub, dann triffst du fest hier genommen zum ersten Mal. Du oben, ich oben. Ja. Ich glaub, du oben, ich oben. Tut mir leid. Sorry, ich bin auch gleich weg. Ich hab noch nicht mal kamikaze. Tu was. Vorsicht. Häh! 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 Scheiße! Das ist kacke. Häh! 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 Wuuu! 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 Ey, pf! Gut! Kommen die Ventilatorn jetzt, oder? Ventilator! Und was macht dieses Spiel, ey? Das ist aber jetzt grad schon ein bisschen entspannt, diese Passage grade. Okay, cool. Wird's jetzt schnell? Es wird schnell, ne? Wow. Du hast keine deutsche Punkt. Jedes Moment, ich muss so lachen. Ah! Okay. Ist besser als letztes Mal, oder? Nee, ist nicht. Scheiße. Da hatten wir, obwohl, nee, du hast hier, hast du drei, vier oder was gemacht, oder wie? Du hattest sechs, sechs, drei hatten wir. Ja, sammeln wir beide jetzt. Nimm auch ein paar. Nimm auch Kegelchen. Nee, mach du erst. Nee, mach du jetzt erst mal. Ich bin, glaub ich, in dem anderen Level ein bisschen besser. Ja, stimmt. Mach du mal die 300 wieder voll, auf jeden Fall. Und wenn du die 300 hast, fang ich an, die 100 voll zu machen. Hör auf jetzt! Mann, Bro! Was ist los? Was? 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 Was ist los? Wieso? Du hast wirklich jeden scheiß Malwurf mitgenommen. Das Spiel macht mich kaputt. Das Spiel macht mich kaputt. Hör auf jetzt zusammen jetzt. Ich konnte aber auch nichts machen. Was hätt ich denn machen sollen? Ja, du, was, du, was? Hier hätt ich denn, ich bin auf der ersten Seite. Guck mal, es ist, es ist, es gibt, es gibt synchron mit dem Spiel sein. Im Rhythmus sein. Du warst genau asynchron. Ja, aber was hätt ich denn machen sollen? Ja, ein Millimeter nicht so asynchron sein. Ja, aber es ist, es war so ne Ketten-Scheiße. Ja, aber jetzt, vorsichtig, der, der, der Maulwurf geht nach unten. Jetzt. Das weiß ich, bin nicht behindert. Oh ne, ich kacke, Alter. Oh ne, vorsichtig. Und fassbar, ey. Jetzt kommt zwei, glaub ich. Wieso, wieso muss ich dir sagen, dass du dich bedrücken sollst? Das ist falsch, hier. Das ist scheiße, ey. Ne, aber jetzt echt mal so ganz cool, ganz über den. Ich hab jetzt keine Emotionen mehr. Abschalten. Emotionen abschalten. Weg. Ich spür nix. Ich spür nix. Lass mich völlig kalt. Das ist doch nur ein Spiel. Das ist doch nur ein Spiel. Hast du das? Mh. Runter kannst du durchdrücken, aber oben musst du so eine kleine Millipause machen, ne? Mh. Gut, 200 hast du voll. Was ist das Gegenteil von Speedrun? Also nicht Slowrun, das ist es ja auch nicht. Lass mal gucken, geht's aus dem Nichts? Ich will Deckel. Oh nein, es geht los. Okay, müssen wir das später machen. Los. Bist du bereit? Ja. Nee. Nee, nee, wieso bin ich... Wieso... Ich lasse nicht aus. Ich hab meine Emotionen abgeschaltet. Ich bin jetzt professionell. Es wird nicht wieder passieren, dass wir ein Continue verpassen. Hörst du? Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das ist eigentlich lächerlich. Das ist eigentlich lächerlich. Das ist eigentlich lächerlich. Das ist eigentlich lächerlich. Oh Mann! Es waren vielleicht noch vier oder so. Vier hättest du noch machen müssen. Vier hättest du hier nicht noch... Scheiße, scheiße. Irgendwie scheiße. Ich wollt nicht mehr... Oh Mann, scheiße. Wir können nicht so aufhören. Wir können so nicht 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 aufhören. Ich bin dagegen. Was machst du jetzt? Wieso... Wir können das nicht so stehen lassen. Battletoids! Ja, Simon. Jetzt kommst du wieder. Ja, wir müssen jetzt Schluss machen, ne? Es hat mich mehr enttäuscht als euch. Ich bin mir nicht sicher. Doch, ich bin sehr enttäuscht von mir. Ich hätte es sehr gerne noch geschafft mit dem Slalom. Wir sind noch nicht mal bis zum Slalom gekommen. Es tut weh jetzt, Schluss zu machen. Ich will es nicht. Es ist scheiße. Es ist kacke. Wir müssen mir irgendwas noch sagen. Ich ärgere mich. Ich will... Bis zum nächsten Mal. Ich habe noch kein Mikrofon. Ja, tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.